Shitstorm für Formel 1 Champion Weltmeister Louis Hamilton hat sich großen Ärger eingebrockt. Grund ist ein Weihnachtsvideo von seinem Neffen, welches er bei Instagram postete. Formel 1 Weltmeister Louis Hamilton hat mit einem launigen Weihnachtsvideo für jede Menge Entrüstung in den sozialen Netzwerken gesorgt. Der 32-jährige postete bei Instagram eine Aufnahme seines kleinen Neffen, der als Prinzessin verkleidet war. Hamilton fragte in gespielter Entrüstung, warum hast du dir ein Prinzessinnenkostüm zu Weihnachten gewünscht? Jungs tragen keine Prinzessinnenkostüme. Die Aufregung war anschließend groß, nicht nur unter den Fans des Briten. Liam Hackett von der Anti-Mobbing-Organisation Detroit Label witterte, enttäuschend zu sehen, dass jemand mit einer solch großen Plattform diese nutzt, um öffentlich ein kleines Kind zu beschämen. Im Ransat vom Gemeinde Ziggens de Brave up forderte Gar, dem viermaligen Champion den Verdienstorten Member of the British Empire zu entziehen. Hamilton entfernte das Video relativ kurz nach der Veröffentlichung wieder und entschuldigte sich. Ich spielte mit meinem Neffen, jetzt ist mir klar, dass meine Worte unangemessen waren, schrieb Hamilton, ich wollte damit auf keinen Fall irgendjemanden beleidigen. Ich liebe es, dass mein Neffe tut, wonach er sich fühlt, das sollten wir alle. Es sei nicht akzeptabel, Menschen zu marginalisieren oder zu stereotypisieren. Ich habe immer jeden unterstützt, der sein Leben genau so führt, wie er es möchte. Und ich hoffe, man kann mir meine Fehleinschätzung verzeihen. Quelle Doppelpunkt Nachrichten Agentur SIT